Hallo und guten Morgen, guten Abend bei mir guten Morgen, weil ich ja, es ist Morgen halt weil ich weiß nicht, ob sich meine Stimme leise anhört oder ein bisschen anders als die am Abend und ich weiß gerade nicht, warum das so leckt kann auch daran liegen, dass man bis hier die ganze Nacht an war weil er hochgeladen hat ja, ich hab mir einfach mal gedacht bringst du heute, also ich bin aufgestanden und hab mir gedacht, hast du noch mal Bock was aufzunehmen und hier bin ich jetzt das liegt ein klein wenig, warum auch immer Mann, Rechner was machst du da das ist, das ist Kaka wir sind dabei gehen wir sind letztes Mal dabei stehen geblieben hier ein Haus anzufangen zu bauen plöp plöp das könnte ein bisschen länger dauern mit dem Haus, weil das, ähm, jo weil, 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 weil darum nein, weil es ist ein klein wenig groß und weil ich auf dem Wasser baue kann ich auch keinen Keller machen und so das ist, ich, da überlege ich mir noch was ich sollte mein PC übernach und morgens echt ausmachen und dann nicht sofort benutzen tack ich entschuldige mich für dieses Gain, weil ich bin noch ein bisschen sehr müde weil, mal kurz ja, im Badezimmer und dann direkt so am PC das kommt sehr gut vor allem so, so, jo jetzt muss ich hier wieder hoch und in Minecraft wird schon wieder Nacht ich hoffe, das ruckelt nicht zu sehr in der Aufnahme warum habe ich nur zwei FPS jetzt gehabt am besten ich habe eine Idee ab das, was jetzt kommt ist alles höchstwahrscheinlich oder am besten baue ich jetzt mein Haus und dann obwohl, nein, nein, das vergesse ich dann nachher ich gehe ja nachher noch schwimmen dann vergesse ich das das ist scheiße, das wäre ein Scheiß müsste ich mir die komplette Aufnahme dann nochmal angucken und dann vergesse ich das sowieso, oder? ein Gänepart, würde ich sagen macht ein Kack ja, die kann ich mich gleich nicht drauf stellen dann bruche ich ja eigentlich noch eine Ebene oh, fühlst du wohl so jetzt noch upsala ich habe, ähm, eine Planung ich bin nur ein klein wenig krank Entschuldigung nein, ich habe eine Planung dass, äh, ich vielleicht ich weiß nicht, ob ich zu leise kommentiere oder zu laut ich habe keine Ahnung ähm, wenn nicht, muss ich mich halt irgendwie lauter stellen äh, ich habe in Planung, dass ich, ähm, ähm, weil, äh, der bei der Auro Prime er hat einen Minecraft Server und, äh, da habe ich ihn gestern, äh, auch gefragt, ob wir vielleicht, ähm, zusammen aufnehmen er hat mir noch nicht geantwortet ich gucke aber gleich mal nach und, äh, jo werde ich mich dann drum kümmern ach, so, jetzt noch ein bisschen Holz ver, äh, farmen für mein schönes Haus was ich dann fertig baue und dann, 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 dann ja, dann dann, 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 dann geht's dann, dann geht's los so müsste ich auch schon meine Sachen zusammenpacken was ist hier oh man ich, jetzt, was regnet äh, da gehe ich gleich mal rein dann gehe ich direkt mal rein ups, da waren die FPS wieder voll im Keller man, warum auch immer oh, ich fühl mich ganz schön krank an fällt mir grad so auf muss ich mir gleich wieder Aufmerksamkeit spielen, ja echt schlippern hören oh, hoffen wir mal, dass ich Eisen oder so finde oh, dass man vom Teufel spricht ok, Eisen ist nicht der Teufel, aber du, 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 du ich entschuldige mich echt dafür, dass ich so leise bin ich hasse es ich weiß nicht, es ist, es ist komisch weil ich bin aufgestanden und, und, hab Bock aufzunehmen und dann, das ist so, so, so oh, ja, komm und dann so, so morgens, so, so, so müde und ich frag mich eigentlich warum ich das mache morgens schon macht mir Spaß aber, warum morgens eigentlich warum man meine Nase sitzt zu, das ist noch geiler gleich ich gehe noch schwimmen, das ist noch geiler also, jetzt nicht, äh, höchstwahrscheinlich guckt es am Abend oder, wenn ihr das am Abend zu sehen bekommen wirklich kann ja schlecht nachher schwimmen gehen also ich gehe mittags, über die über die Mittagstageszeit schwimmen so das ist hier noch was oh, das war eine recht kleine Höhle ich hab schon den perfekten Namen für den Part ja, ich hab den perfekten Namen das war nie warum schwebt mir jetzt der Name voll verpennt und auf der Flucht im Kopf rum ich bin nicht auf der Flucht ich bin zwar verpennt, aber ich bin nicht auf der Flucht noch nicht was wird nachher so schön aussehen, ne sag ich euch das, das, sag ich euch spüre ich euch mit dem nackten Arsch an der Wand und und noch nein und dann da noch oh warum hab ich das gemacht? bin ich dumm? meine Nase sitzt zu ich glaube ich beende den Part auch gleich weil ich wollte nur nochmal Minecraft spielen wollte ich nur nochmal ich baue das am besten jetzt zu Ende und dann geht's heute Abend richtig los mit dem oh hab ich jetzt zwei gebaut lol warum hab ich 13 Eisen? hab ich diese 13 Eisen her? ah ja, ich war schon in der Höhle bevor ich den Platz hier gefunden hab ich glaube ich bin so der allererste Minecraft-Desplayer, der mal nicht im Minecraft-Screen startet weil ich hab direkt in der Welt angefangen wo ich schon ein bisschen gelaufen bin und so ein bisschen Zeugs hatte und noch kein Haus ich habe so gestartet, der hat weder ein Haus noch irgendwas anderes noch irgendwas anderes muss ich gucken, wie dann die Aufnahme schon geht auch acht Minuten gerade mal dann mach ich noch ein bisschen noch klein wenig Zeit ich weiß gar nicht, ob ich wirklich zu leise bin meine Füße schlafen rein, weil ich scheiße sitze ach komm spring da runter jetzt macht das Dach warum hab ich jetzt gar nicht, das würde mir jetzt echt helfen ich hab Dächer bauen, da hab ich nie Bock ich hab immer da muss man eben so ich hab immer Bock ein Haus zu bauen aber so würde ich nie richtig Lust, ähm so ein so ein so ein so ein Dach zu bauen wirklich eigentlich nie, weil Dach, keine Ahnung Und warum baut der immer so? Was ist denn da los? Dass man den Dreck weg macht. Blub. Zack. Dann werde ich das so direkt wahrscheinlich gleich zusammenschneiden hier. Also Audiospur und Fraps. Weil ich Fraps... Fraps will irgendwie mein Mikro vom Headset nicht erkennen. Und ja, deshalb muss ich mit Audiosity aufnehmen. Also Sprache. Und warum ist das da so? Ich hätte es doch so machen sollen. So. Ja. Hier, stopp. Und dann mache ich... Warum habe ich meine Axt weggeschmissen? Mache hier, stopp. Und dann hätte ich so in so einem Zeitraffer so... Vorspulen. Aufnahme beschleunigen. Meine Nase sitzt so, warum auch immer. Fuck, das hat sich jetzt komisch angehört. Ich glaube, das wird so einer der Parts, die gar nicht gehen. Wahrscheinlich dreimal ange... Der wird wahrscheinlich dreimal angeguckt. Okay. Ich würde dann auch mal sagen, hier bin ich das Ganze, weil meine Nase läuft und läuft und läuft. Und ich habe da irgendwie... Ich kann nicht mehr. Bin auch müde. Und äh... Ja. Weil... Ja. Man sieht sich dann mal im... Heute Abend ist wahrscheinlich, weil ich nehme noch einen Part danach auf. Aber erst heute Abend. Na dann, auf Wiedersehen. Das heißt, es wird... Ich hab... Ja. Was...